Hallo, ich bin Klaus Vogelt. Ich bin hier in dem wundervollen Presquille Resort in Mauritius und ja, es ist ein Wahnsinnsspot zum Wing treuen. Riesige Lagune mit kristallklarem Wasser und Wind, wie man sehen kann. Da draußen sind meine Freunde im Wing. Ich habe hier gerade schon einen 4-Meter-Wing aufgepumpt, also ich glaube, der Wind soll noch einen Tick rauf gehen und wir haben eine super Zeit hier. Also es ist, ich würde sagen, der beste Spot, einer der besten Spots auf Mauritius zum Wing treuen.